Für Spieler wie Fans gibt es am Sonntag eine sinngemäß doppelte rot-weiße Premiere. Die Schwäne empfangen die Bubis der großen Bayern. Gelingt Zwickau der Sieg, überholen sie die Bayern-Amateure in der Tabelle. Die zweite aus Bayern hat die letzten vier Spiele in Folge nicht mehr verloren. Dagegen stehen seitens der Muldestädter drei Spiele ohne Niederlage. Nun wollen die bereits eingeschossenen Schwäne der Bayern-Serie ein Ende setzen. Dies soll unter anderem mit Elias Huth funktionieren. Ob nun Manuel Neuer mit seinen Kollegen oder nur die zweite anreist, wenn die Bayern kommen, ist überall besondere Stimmung angesagt. Der FSV rechnet am Sonntag mit etwa 6000 Zuschauern. Beide Teams spielen eher angriffsorientiert, sodass eine höhere Torausbeute auf beiden Seiten im Bereich des Möglichen liegt. Cheftrainer Enox würde auch ein 1 zu 0 reichen. Vielleicht auch so eins, wie er selbst 2004 gegen die Bayern im Pokal geschossen hatte und damit sogar das Tor des Monats erzielte. Am Sonntag steht diese Aufgabe vor Elias Huth. Der Neuzugang von Kaiserslautern ist auf Anhieb zum Stammspieler geworden. Womit zu rechnen war? Ja, das war der Plan. Deswegen bin ich hergekommen und das war auch mein Wunsch. Und dass es so quasi in Erfüllung gegangen ist, da bin ich natürlich froh drüber. Auf welche Stärken können denn deine Teamkollegen zählen? Beziehungsweise was schätzt du selber als deine besonderen Stärken ein? Ja, ich denke, dass ich gegen den Ball diszipliniert arbeite. Das ist gerade in unserer Mannschaft ein hohes Gut. Ja, darüber hinaus auch meine Kopfballstärke und mein Abschluss. Mit vier Treffern in elf Spielen ist das so, die Norm, die du dir gesetzt hast? Oder sagst du, naja, da habe ich schon einige Sachen noch liegen lassen? Ja, also ich denke, die Torkote ist bis jetzt in Ordnung. Die Luft nach oben ist immer da und ich bin nie zufrieden und werde dann alles dran setzen, dass es dann auch mehr Tore werden. In diese Richtung geht auch die Meinung des Trainers während der Pressekonferenz zum Bayern-Spiel über seinen Stürmer. Bei Elias Wissen von seinem Tor, von seinen Qualitäten vorm Tor, gar keine Frage. Was mich natürlich freut, ist, dass wir ihn auch dahin bekommen haben, gegen den Ball richtig vernünftig zu arbeiten. Muss man immer wieder halt mal ansprechen, so wie gestern im Training. Aber wenn man es anspricht, dann macht er das auch. Und das wird auch ein Schlüssel zu seinem Spiel sein, beziehungsweise ein Schlüssel zu unserem Spiel sein insgesamt. Wenn wir alle bereit sind, gegen den Ball zu arbeiten, kommen wir in eine gute Position vorm Gegenschlitttor. Dann hat man halt eher die Möglichkeit, Tore zu schießen. Und wenn er das verinnerlicht, dann kann es halt noch weitergehen, die Entwicklung. Die Entwicklung des FSV soll am Auswärtstrend festhalten, egal mit welchem Aufgebot die Bubis anreisen werden. Wir gehen davon aus, man muss auch ehrlich sagen, dass die mit der stärksten Mannschaft, die zur Verfügung steht, kommen. Und da sind wir halt darauf vorbereitet. Bleibt trotzdem die Frage, wenn ein Großer kommt, zieht das eventuell auch größere Veränderungen und Überraschungsmomente in der taktischen Aufstellung nach sich mit drei oder gar vier nominellen Stürmern zu beginnen? Das ist natürlich die Entscheidung des Trainers. Aber ich denke nicht, dass wir von unserem Weg abkehren und dass wir, ich denke mal, unser System dann weiterspielen. Und was meint der Trainer? Ja, man kann halt alles tun. Nun, was wir halt in den letzten Spielen, gerade halt die letzten drei Punktspiele, wo wir halt Erfolg gespielt haben, große Änderungen vorzunehmen, finde ich halt nicht unbedingt notwendig. Nun könnten die Ennox-Schützlinge eigentlich nur noch am Nervenflattern scheitern. Ich glaube nicht, dass Nervenflattern, natürlich die Mannschaft freut sich unbedingt, dass halt große Namen kommen. Und mit FC Bayern 2 ist eine Mannschaft, die halt mit Talenten gespickt ist. Und da muss ich mir halt eine gute Leistung bringen, wenn wir halt das Spiel gewinnen wollen. Und für die Fans noch der Hinweis-Anstoß in der GGZ-Arena ist am Sonntag bereits um 13 Uhr.